Die ansässigen Fischer kommen gerade heim von ihrer Ausfahrt. Sie liegen ja direkt vor unserer Villa am Strand hier an. Zusammen mit unserem Hausmanager Sampad stampfen wir über den Sandstrand zum Boot, um den Fang zu begutachten und einen Fisch auszuwählen, den wir heute Abend verzehren könnten. Für 2000 Rupies wechseln zweieinhalb Kilo Fisch dem Besitzer. Der Preis ist deutlich günstiger als auf dem Fischmarkt und der kurze Regen ist auch schnell vorbei. Wie Dula, der Koch unserer Villa, wird ihn heute Abend zusammen mit Lahiro schmackhaft grillen. Musik 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 Ja, 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 ja. Lahiru hat den Tisch vorbereitet und unter dem Schein des Mondes können wir das leckere Ergebnis verzehren. So völlig allein können wir den Fisch allerdings nicht genießen. So völlig allein können wir den Fisch allerdings nicht genießen. So völlig allein können wir den Fisch allerdings nicht genießen.